Das Buch der Geheimnisse In dem Buch der Geheimnisse gelingt Osho eine große spirituelle Synthese, die ihresgleichen sucht. Die Basis des Buches ist eine alte tantrische Schrift namens Vigyan Pairav Tantra, die aus 112 Meditationen besteht. Indem Osho jede einzelne Meditation kommentiert, gibt er klare Anweisungen, wie man sie zu verstehen und natürlich auch, wie man sie zu praktizieren hat. Zudem wird jede Meditationsübung zum einen begleitet mit einer Diskussion der Wirkungen, die die Meditation hervorrufen kann, und zum anderen mit einer Diskussion der metaphysischen Prinzipien, auf denen sie basiert. Auf diese Weise wird dieses Hörbuch zu einem spirituellen Reiseführer für den Weg zum umfassenden Erwachen, mit dem Ziel der vollen Entfaltung unserer Menschlichkeit und unseres Bewusstseins. In dem nun folgenden Kapitel findest du Oshos Einführung in die Welt des Tantra. Solltest du Lust bekommen haben, auch noch einige andere der 112 Meditationstechniken auszuprobieren, so findest du unten bei näheren Informationen den Link zum gesamten Hörbuch. Sollte dir das gesamte Hörbuch zu umfangreich sein, dann findest du dort auch zusätzlich einen Link zu den ersten 20 Kapiteln, die als erster Teil einer vierteiligen Serie bereits jetzt schon separat erhältlich sind. Aber auch wenn du nicht interessiert sein solltest an der Praxis der Meditation, kann das Buch der Geheimnisse dir ein Vademekum, ein Begleiter sein, auf der vielleicht abenteuerlichsten Reise in unserem Leben, der Reise ins Innere. Und nun viel Freude beim Hören von Oshos erstmals komplett eingelesenen Opus Magnum, dem Buch der Geheimnisse. Osho, das Buch der Geheimnisse. 112 Meditationstechniken zur Entdeckung der inneren Wahrheit. Eins. Die Welt des Tantra. Sutra. Devi fragt. O Shiva, was ist deine Wirklichkeit? Was ist dies von erfüllte Universum? Was ist der Same? Wer hält das Rad des Alls im Gleichgewicht? Was ist dies Leben jenseits von Form, das alle Form durchdringt? Wie können wir vollends hinein gelangen? Hinaus über Raum und Zeit, Namen und Bezeichnungen? Schaffe meinem Zweifel Klarheit. Ein paar Dinge zur Einführung. Erstens. Die Welt des Vigiane bei Rava Tantra ist nicht intellektuell. Sie ist nicht philosophisch. Ideologie ist für sie bedeutungslos. In ihr geht es um Methoden und Techniken. Ganz und gar nicht um Prinzipien. Das Wort Tantra heißt Technik, Methode, Weg. Es ist also keine Philosophie. Vergesst das nicht. Es hat nichts mit intellektuellen Problemen und Vorstellungen zu tun. Es hat nichts mit dem Warum der Dinge zu tun. Es hat etwas mit dem Wie zu tun. Nicht damit, was Wahrheit ist, sondern wie man zur Wahrheit gelangt. Tantra heißt Technik. Diese Abhandlung ist also eine wissenschaftliche. Der Wissenschaft geht es nicht um das Warum. Der Wissenschaft geht es ums Wie. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Philosophie und Wissenschaft. Die Philosophie fragt, warum ist diese Existenz. Die Wissenschaft fragt, wie ist diese Existenz. Sobald man Wie fragt, werden Methode und Technik wichtig. Theorien werden bedeutungslos. Erfahrung wird zum Mittelpunkt. Tantra ist Wissenschaft. Tantra ist nicht Philosophie. Philosophie zu verstehen ist nicht schwer, weil ihr dabei nur euren Intellekt gebraucht. Wer Sprache versteht, wer Begrifflichkeit versteht, der kann Philosophie verstehen. Man braucht sich nicht zu ändern. Man braucht keine Transformation zu erfahren. Du kannst, so wie du bist, Philosophie verstehen. Aber nicht Tantra. Du wirst dich ändern müssen. Ja, was du brauchst, ist eine Mutation. Solange du nicht anders bist, kann Tantra nicht verstanden werden. Denn Tantra ist kein intellektuelles Konzept. Es ist eine Erfahrung. Solange du für diese Erfahrung nicht empfänglich, bereit, verwundbar bist, kann sie dich nicht erreichen. Philosophie ist Verstandessache. Der Kopf genügt. Du brauchst deine Gesamtheit nicht dazu. Tantra fordert dich in deiner Gesamtheit. Es ist eine tiefere Herausforderung. Du musst dich mit Haut und Haaren darauf einlassen. Es ist nicht fragmentarisch. Ein anderes Verständnis, eine andere Einstellung, ein anderer Geist sind erforderlich, um es zu empfangen. Weil das so ist, sind Devis Fragen nur scheinbar philosophisch. Tantra nimmt mit Devis Fragen seinen Anfang. All diese Fragen können philosophisch aufgefasst werden. Tatsächlich kann jede Frage auf zweierlei Art aufgefasst werden. Philosophisch oder total? Intellektuell oder existenziell? Wenn zum Beispiel jemand fragt, was ist Liebe? Kann man das intellektuell angehen? Man kann diskutieren, Theorien entwickeln. Man kann eine bestimmte Hypothese verteidigen. Man kann ein System, eine Lehre entwickeln, ohne die Liebe überhaupt erfahren zu haben. Eine Lehrmeinung zu entwickeln, dazu gehört keine Erfahrung. Ganz im Gegenteil. Je weniger du weißt, desto besser. Denn umso unbedenklicher kannst du ein System aufstellen. Nur ein Blinder kann ohne weiteres definieren, was Licht ist. Wer keine Ahnung hat, ist kühn. Unwissenheit ist immer kühn. Wissen zögert. Und je mehr du weißt, desto mehr verlierst du den Boden unter den Füßen. Je mehr du weißt, desto mehr merkst du, wie unwissend du bist. Und wer wirklich weißt, der wird unwissend. Er wird so einfach wie ein Kind. Oder so einfach wie ein Idiot. Je weniger du weißt, desto besser. Philosophisch zu sein, dogmatisch zu sein, doktrinär zu sein. Das ist leicht. Ein Problem intellektuell zu bewältigen, ist sehr einfach. Aber ein Problem existenziell zu bewältigen, nicht nur darüber nachzudenken, sondern es zu durchleben, hindurchzugehen, zuzulassen, so dass es dich verwandelt, das ist schwer. Das heißt, um die Liebe zu kennen, musst du lieben. Das ist gefährlich. Denn du wirst nicht bleiben, wer du bist. Die Erfahrung wird dich verwandeln. In dem Moment, wo du in die Liebe hineingehst, gehst du in einen anderen Menschen hinein. Und wenn du herauskommst, kannst du dein altes Gesicht nicht wiedererkennen. Es wird nicht mehr deins sein. Ein Bruch ist geschehen. Jetzt klafft eine Lücke. Der alte Mensch ist tot. Und der neue Mensch ist da. Das ist es, was Neugeburt heißt. Zum zweiten Mal geboren werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Tantra ist nicht philosophisch. Und existenziell. So stellt Devi zwar Fragen, die philosophisch klingen, aber Shiva wird sie nicht so beantworten. Es ist also besser, dies gleich von Anfang an zu verstehen. Weil ihr euch sonst verwundert fragen werdet, wieso Shiva keine einzige Frage beantwortet. All die Fragen, die Devi stellt, Shiva beantwortet nicht eine einzige. Und dennoch antwortet er. Tatsächlich nur er. Und kein anderer hat sie beantwortet. Allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Devi fragt, was ist deine Wirklichkeit her? Er wird es nicht beantworten. Stattdessen gibt er ihr eine Technik. Und wenn Devi diese Technik anwendet, dann wird sie es wissen. Die Antwort ist also indirekt. Sie ist nicht direkt. Er antwortet nicht, der oder das bin ich. Er gibt ihr eine Technik. Mach es und du wirst es wissen. Für Tantra ist Tunwissen. Und ein anderes Wissen gibt es nicht. Solange du nicht. Solange du nicht etwas tust. Solange du dich nicht veränderst. Solange du nicht aus einem anderen Blickwinkel mit anderen Augen siehst. Nicht in eine völlig andere Dimension als die des Intellekts hineingehst. Gibt es keine Antwort. Es können zwar Antworten geliefert werden. Ja. Es sind alles Lügen. Alle Philosophien sind Lügen. Du stellst eine Frage und die Philosophie gibt dir eine Antwort. Sie mag dich befriedigen oder nicht. Wenn sie dich befriedigt, wirst du ein Anhänger dieser Philosophie. Aber du bleibst, wie du bist. Befriedigt sie dich nicht, suchst du weiter nach einer anderen Philosophie, der du dich anschließen kannst. Aber du bleibst der Gleiche. Sie berührt dich nicht im Geringsten. Sie verändert dich nicht im Geringsten. Ob du nun also Hindu oder Moslem oder Christ oder Jaina bist, es macht keinen Unterschied. Der wirkliche Mensch hinter der Fassade des Hindus oder Moslems oder Christen ist der gleiche. Nur die Worte sind verschieden. Oder die Kleider. Der Mensch, der da zur Kirche geht oder zum Tempel oder zur Moschee, ist der gleiche Mensch. Nur die Gesichter sind verschieden. Und es sind falsche Gesichter. Es sind Masken. Hinter den Masken findet ihr den gleichen Menschen. Die gleiche Wut. Die gleiche Aggression. Die gleiche Gewalt. Die gleiche Gier. Die gleiche Geilheit. Alles genau gleich. Ist Mohammedanische Sexualität anders als hinduistische Sexualität? Ist christliche Gewalt anders als hinduistische Gewalt? Es ist die gleiche. Die Wirklichkeit bleibt gleich. Nur die Kleider sind verschieden. Im Tantra geht es nicht um deine Kleider. Im Tantra geht es um dich. Wenn du eine Frage stellst, zeigt Tantra dir, wo du bist. Es zeigt dir auch, dass du nicht sehen kannst, wo immer du dich befindest. Darum fragst du ja. Ein Blinder fragt, was ist Licht? Und die Philosophie geht daran, zu beantworten, was Licht ist. Tantra weiß nur so viel. Dass einer, der fragt, was Licht ist, beweist, dass er blind ist. Tantra geht daran, dem Betreffenden zu operieren, dem Betreffenden zu verändern. Sodass er sehen kann. Tantra sagt dir nicht, was Licht ist. Tantra sagt dir, wie du zur Einsicht gelangst. Wie du das Augenlicht, wie du Sehkraft gewinnst. Ist die Sicht da? So ist auch die Antwort da. Tantra gibt dir nicht die Antwort. Tantra gibt dir die Technik, wie du zur Antwort gelangst. Nun wird es keine intellektuelle Antwort mehr sein. Wenn du einem Blinden etwas vom Licht erzählst, so ist das intellektuell. Wenn der Blinde selbst sehen lernt, so ist es existenziell. Das meine ich, wenn ich Tantra existenziell nenne. Shiva wird also Devis Fragen nicht beantworten. Und dennoch wird er antworten. Das ist das Erste. Das Zweite. Dies hier ist eine andere Sprache. Ehe wir da hineingehen, müsst ihr etwas darüber wissen. Alle Tantra-Texte sind Dialoge zwischen Shiva und Devi. Devi fragt und Shiva antwortet. Alle Tantra-Texte fangen so an. Warum? Warum dieses Grundmuster? Es ist sehr bedeutsam. Es ist kein Dialog zwischen einem Lehrer und seinem Schüler, sondern ein Dialog zwischen zwei Liebenden. Und damit weist Tantra auf etwas sehr Bedeutsames hin. Dass die tieferen Lehren nur auf einer Ebene von Liebe zwischen dem Lehrenden und dem Lernenden weitergegeben werden können. Lernender und Lehrer müssen zu Liebenden werden. Nur dann kann das Höhere, das Jenseitige zum Ausdruck kommen. Was ist das für eine einzelne Sprache? Was ist das für eine einzelne Sprache? Nein, das wird es sehr gut. Dass die tieferen alleine nur auf einer Ebene M否 ausgefläche. Von der K的話, plötzlich spricht das Klee, zeigt sich nicht an. Das ist das in Eingang will. Es ist der Reste. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist also eine Sprache der Liebe. Die Haltung des Lernenden muss die der Liebe sein. Aber nicht nur das. Denn auch Freunde können Liebende sein. Im Tantra muss der Lernende zu reiner Empfänglichkeit werden. Der Lernende muss von einer weiblichen Empfänglichkeit sein. Nur so kann etwas geschehen. Man braucht keine Frau zu sein. Aber man muss in einer weiblich-empfänglichen Haltung sein. Devi fragt. Das heißt, die weibliche Haltung fragt. Warum wird so viel Wert auf eine weibliche Haltung gelegt? Mann und Frau sind nicht nur körperlich verschieden. Sie sind es auch psychologisch. Das Geschlecht macht nicht nur einen körperlichen Unterschied, sondern auch einen seelischen. Die weibliche Haltung bedeutet Empfänglichkeit. Totale Empfänglichkeit. Hingabe. Liebe. Ein Jünger braucht eine weibliche Einstellung. Andernfalls kann er nicht lernen. Du kannst fragen. Aber wenn du nicht offen bist, kannst du keine Antwort bekommen. Du kannst eine Frage stellen und trotzdem verschlossen bleiben. Dann kann die Antwort nicht in dich eindringen. Deine Türen sind verschlossen. Du bist tot. Du bist nicht offen. Die weibliche Einstellung bedeutet eine tiefe Empfänglichkeit im Inneren. Sodass du aufnehmen kannst. Und nicht nur das. Es spielt noch viel mehr mit. Eine Frau empfängt nicht nur etwas, es wird auch Teil ihres Körpers. Eine Frau empfängt ein Kind. Noch im Augenblick der Empfängnis ist das Kind Teil des weiblichen Körpers geworden. Es ist nichts Fremdes. Kein Fremdkörper mehr. Es ist absorbiert worden. Von nun an lebt das Kind nicht als etwas, das der Mutter hinzugefügt worden ist, sondern einfach als ein Teil von ihr. wie die Mutter selbst. Und das Kind wird nicht nur empfangen. Der weibliche Körper wird kreativ. Das Kind beginnt zu wachsen. Ein Jünger muss empfänglich sein wie ein Mutterleib. Was auch immer empfangen wird, es darf nicht als totes Wissen aufgelesen werden. Es muss in dir wachsen. Es muss zu deinem eigenen Fleisch und Blut werden. Es muss jetzt Teil von dir werden und wachsen. Dies Wachstum wird dich verändern, wird dich transformieren. Dich, den Empfänger. Deshalb benutzt Tantra dieses Mittel. Jeder Text beginnt damit, dass Devi eine Frage stellt und Shiva darauf eingeht. Devi ist Shivas Gemahlen. Sein weiblicher Teil. Und noch eins. Die moderne Psychologie, vor allem die Tiefenpsychologie, sagt heute, dass der Mensch sowohl Mann als auch Frau ist. Niemand ist nur männlich und niemand ist nur weiblich. Jeder ist bisexuell. Beide Geschlechter sind vorhanden. Dies ist im Westen eine sehr neue Erkenntnis. Aber für Tantra war das über tausende von Jahren hinweg eines der grundlegendsten Dinge. Ihr habt vielleicht schon einmal Darstellungen von Shiva als Adana Rishwa gesehen. Halb Mann, halb Frau. Ein Konzept wie dieses ist einmalig in der Geschichte der Menschheit. Shiva. Halb Mann, halb Frau. Devi ist also nicht nur seine Gemahlin. Sie ist Shivas andere Hälfte. Und solange der Lernende nicht zur anderen Hälfte des Lehrers geworden ist, ist es unmöglich, die höheren Lehren, die esoterischen Methoden zu vermitteln. Wenn du eins mit ihm wirst, dann gibt es keine Zweifel mehr. Wenn du eins wirst mit dem Lehrer, so total eins, so tief eins, dann gibt es weder Argument noch Logik noch Verstand. Du nimmst nur auf. Du wirst zum Schoß. Und dann beginnt die Lehre in dir zu wachsen und dich zu verändern. Das ist der Grund, warum Tantra in der Sprache der Liebe geschrieben ist. Auch diese Sprache bedarf der Erklärung. Es gibt zwei Arten von Sprache. Die Sprache der Logik und die Sprache der Liebe. Die beiden unterscheiden sich grundlegend. Die Sprache der Logik ist aggressiv, streitsüchtig, gewaltsam. Wenn ich die Sprache der Logik verwende, übe ich Gewalt über deinen Verstand aus. Ich versuche, dich zu überzeugen, zu bekehren, eine Marionette aus dir zu machen. Ich habe Recht mit meinem Argument und du hast Unrecht. Logische Sprache ist egozentrisch. Ich habe Recht und du hast Unrecht, also muss ich beweisen, dass ich Recht habe und du nicht Recht hast. Du bist mir egal. Mir ist allein mein Ego wichtig. Mein Ego hat immer Recht. Die Sprache der Liebe ist völlig anders. Es geht mir nicht mehr um mein Ego. Es geht mir um dich. Es geht mir nicht darum, etwas zu beweisen, mein Ego zu stärken. Es geht mir darum, dir zu helfen. Mein Mitgefühl will dir helfen, zu wachsen, dich zu verwandeln und neu geboren zu werden. Zweitens wird Logik immer intellektuell sein. Begriffe und Grundsätze sind wichtig. Argumente sind wichtig. In der Sprache der Liebe ist es nicht so wichtig, was gesagt wird, sondern eher die Art, wie es gesagt wird. Das Gefäß, das Wort ist nicht so wichtig. Der Inhalt, die Botschaft ist wichtiger. Es ist eine Zwiesprache von Herz zu Herz, nicht eine Diskussion von Kopf zu Kopf. Es ist keine Debatte. Es ist Kommunion. Es ist eine unverwechselbare Situation. Parvati auf dem Schoß von Shiva sitzend und Shiva antwortet. Es ist ein Zwiegespräch zwischen Liebenden. Ohne Konflikt. So, als spräche Shiva mit sich selbst. Zwiegespräch Warum wird so viel Wert auf Liebe gelegt, auf die Sprache der Liebe? Weil sich die ganze Gestalt ändert, wenn Du Liebe für Deinen Lehrer empfindest. Alles wird anders. Dann hörst Du nicht auf seine Worte. Dann trinkst Du ihn. Dann werden Worte unwichtig. Ja, die Stille zwischen den Worten wird mächtiger als die Worte. Was er sagt, mag bedeutsam sein oder nicht. Was zählt, sind seine Augen, seine Gesten, ist sein Verständnis, seine Liebe. Deshalb also hat Tantra eine feste Methode. Eine Struktur. Jeder Text beginnt damit, dass Devi fragt und Shiva antwortet. Es gibt kein Streitgespräch, keine überflüssigen Worte. Es werden einfach Tatsachen festgestellt, telegrafische Mitteilungen gemacht. Nicht, um den anderen zu überzeugen, sondern nur, um sich auf ihn zu beziehen. Wenn Du Shiva eine Frage stellst, aber verschlossen bist, dann wird er Dir nicht auf diese Weise antworten. Erst muss Deine Verschlossenheit aufgebrochen werden. Er muss aggressiv sein. Deine Vorurteile, Deine festen Meinungen müssen zerstört werden. Solange Du nicht endgültig mit Deiner Vergangenheit aufgeräumt hast, kann Dir nichts gegeben werden. Aber auf seine Gemahlin Devi trifft dies nicht zu. Für Devi gibt es keine Vergangenheit. Vergiss nicht, wenn Du wirklich liebst, dann hält Dein Verstand an. Dann gibt es keine Vergangenheit. Der gegenwärtige Augenblick ist alles. Wenn Du liebst, ist die Gegenwart die einzige Zeit. Das Jetzt ist alles. Ohne Vergangenheit. Ohne Zukunft. Devi ist einfach nur offen. Ohne Abwehr. Nichts muss erst ausgeräumt werden. Nichts muss zerstört werden. Der Boden ist bereitet. Es braucht nur ein Samenkorn auf ihn geworfen zu werden. Der Boden ist nicht nur bereitet, sondern er ist erwartungsvoll. Offen. Er bittet darum, befruchtet zu werden. All diese Sätze, über die wir sprechen werden, sind also telegrafisch. Es sind nur Sutras. Aber jedes Sutra, jeder dieser telegrafischen Botschaften, durch die Shiva sich mitteilt, ist so viel wert wie die Veden, wie die Bibel, wie der Koran. Jeder einzelne Satz kann das Fundament einer großen Schrift werden. Schriften gehen logisch vor. Sie müssen Leersätze aufstellen, müssen verteidigen, argumentieren. Hier gibt es keine Argumente. Einfach nur Worte der Liebe. Einfach nur Worte. Einfach nur Worte. Einfach nur Worte. Einfach nur Worte. Inputs sind begerv it. Igell. Du hast alles habe geschätzt. -"Gin intelligent theres"-